Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eMyEDIA.de. Mein Name ist Timo und heute geht es um das Thema Heimkino, Hi-Fi bzw. Audio. Ja, wie ihr unschwer hinter mir erkennen könnt oder wie ihr generell am Bild erkennen könnt, befindet ihr euch in einem Wohnzimmer. In dem Moment jetzt in meinem Wohnzimmer. Ich habe mein Wohnzimmer vor zig Jahren mal mit Beamer, ein bisschen Heimkinotechnik etc. ausgestattet. Und ja, da war mal wieder so ein bisschen Neuerung fällig. Die Neuerung quasi seht ihr auch schon hier in Form einer Teufel-Definian 3 bzw. im Standlautsprecher. Ein bisschen Hintergrund möchte ich euch noch dazu erzählen, bevor ich nachher auf die Komponenten im Einzelnen auch eingehe. Ja, ich bin jetzt seit gut, ich würde sagen, 10, 12 Jahren mit diesem Canton Ergo 92 DC unterwegs. Sie sind schon ein bisschen betagt, klingen aber immer noch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie deswegen loswerden will, weil sie nicht gut klingen würden. Genau das gleiche gilt für die Dipole, nämlich die R52er, die damals relativ schwierig zu bekommen waren. Und den Canton Center aus der jeweiligen Serie, also auch ein Ergo Center. Ich hatte mir ja damals die komplette Ergo-Linie gekauft und das waren auch so mal so Marum, ich glaube 4.000 Mark im Grunde genommen. Also knapp über 2.000 Euro, 2.500 Euro, irgendwie sowas muss das dann heute im Äquivalent sein. Ich glaube, die kommen heute auch so zwischen 700 und 1.000 Euro das Stück, die großen Ergos. Ja, doch warum wechselt man? Oder warum wechsle ich? Und da ist jetzt natürlich meine persönliche Intention führend. Dementsprechend fühlt euch bitte nicht irgendwie auf den Schlips getreten. Ich gebe hier wirklich in dem Moment auch meine persönliche Meinung wieder und die ist halt auch nicht irgendwie bezahlt oder sonst was. Nein, also da wir jetzt über Jahre schon euch auf emaedia.de oder auch worldtraveller.net mit Videos versorgen und auch immer mehr in dem Bereich machen, war es ja irgendwann mal in der Zeit so ein bisschen auf dem PC auch aufzurüsten mit einem Audio-Interface, mit dementsprechend Studiomonitoren, damit man wirklich eine akkurate, sage ich mal normalisierte Wiedergabe hat, sodass man irgendwie davon ausgehen kann, dass es nachher auf vielen Geräten brauchbar klingt. Jedes Gerät letzten Endes klingt wieder anders wie das andere von Laptop-Lautsprechern bis hin zu 100.000 Euro Stand-Lautsprechern im absoluten High-End-Segment. Alles ist ja dabei und da braucht man so eine relativ neutrale Atmischung. Ich habe mittlerweile so viel Gefallen an dem Klang gefunden, dass mir dieses warm gefärmte Klangbild, der Ergo 92 DC, so nicht mehr gefällt. Und auch die Bühne reicht mir im Grunde genommen nicht mehr. Die Bühnendarstellung ist relativ eng jetzt bei den Lautsprechern. In den neuen Kanton-Ergo-Serien hat man durch neue Hoch- und Mitteltöne relativ viel dafür getan, dass das nicht mehr so ist. Da ich jetzt aber nicht unbedingt auf die neue Ergo-Serie wollte oder quasi in die Referenz-Serie wollte, habe ich mich ein bisschen am Markt umgeschaut, habe in diverse Foren auch mal geguckt, also habe mich quasi so ein bisschen angelesen, wobei Audio anlesen ist eigentlich fast unmöglich, weil Audio muss man im Grunde genommen, das Equipment muss man hören und das muss man auch in seinen eigenen vier Wänden hören. Ne, war aber bei ein paar Freunden, habe von Dali, Kev, Klipsch, alles sowas gehört, was vielleicht noch so eine Mixtur aus Heimkino und Stereo für mich ermöglichen würde. Ja, und bin letzten Endes jetzt dann, und das ist das Überraschende im Grunde genommen, bei der Marke Teufel gelandet. Ja, Teufel kennt man ja aus der Historie her. Ja, ich war früher, ja, was Heimkino angeht zumindest Teufel-Fan, diese großen TRX, TRX-Ultra-Serien, die waren einfach erstklassig und preis-leistungsmäßig, sind sie in Teilen sogar heute noch unschlagbar. Also sprich, Heimkino kann der Hersteller. Was der Hersteller meines Erachtens nicht so wirklich gut konnte, ist das Thema akkurate Stereo-Wiedergabe, ohne so ein extrem bassbetontes Fundament unten drunter zu zimmern. Wer also mal so ein paar Standortsprecher von Teufel im Einsteigesegment gehört hat, mag mir vielleicht beipflichten, weil wie gesagt, das ist auch meine persönliche Meinung. Ich habe da auch einen ganz anderen Anspruch dran. Ich persönlich höre relativ viel Jazz, höre Hip-Hop und vielleicht auch zwischendrin mal ein bisschen Charts und was da so drumherum kreucht und fleucht quasi. Ja, wie gesagt, also die Kanton an sich war ja kein schlechter Lautsprecher, nur weil mir das Klangbild mittlerweile einfach zu unpräzise, zu ungenau. Da habe ich geguckt, okay, was kriege ich preis-leistungstechnisch, um da wirklich einen Schritt nach vorne zu gehen und umso mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, abseits der üblichen Foren, die nichts anderes ganz oft betreiben als Teufel-Bashing. Oh Gott, Teufel, also wehe, da geht ein Forum-User mit dem Thema rein, oh, ich würde mir gerne Teufel kaufen, denn entweder antworten schon 70% der Leute nicht mehr oder oh Gott, tu es nicht, guck doch lieber da und da. Ja, da ist auch zur Definien-3-Serie, die Definien-5, also sprich die große Schwester der Definien-3, gibt es ja schon ein bisschen länger am Markt, die hat sich auch etabliert, die hat extrem gutes Presse-Feedback auch bekommen. Das ist natürlich auch mal hier und da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber im Grunde genommen sind es gute Lautsprecher gefunden. Die Definien-5 hat Teufelsanspruch, definitiv klar gemacht, man hat ein Statement gesetzt, man möchte so ein bisschen am, in Anführungszeichen, bezahlbaren High-End, High-End geht ja bis MBL und Macintosh, wo ich dann Häuser quasi kaufe pro Stück, also irgendwie so eine Viertelmillion pro Lautsprecher und die jeweilige Stufe ist da machbar. Also wir gehen hier in das bezahlbare Segment, in dem wir sagen, okay, so 2000 Euro für ein Lautsprecherpaar, beziehungsweise sie liegen jetzt drunter. Das ist für mich, in meiner persönlichen Meinung, bezahlbar und da, wie gesagt, tummeln sich relativ viele Kontrahenten. Wenige Kontrahenten allerdings mit sowas wie einem Coax-Chassis, da fällt mir derzeit eigentlich nur KEF ein, als Hersteller, der das auch macht, um eine Punktschallquelle zu erzeugen. Das hat Vorteile nachher so ein bisschen in dem Thema Ortbarkeit, Tiefenstafflung etc. Ja, was habe ich denn jetzt überhaupt gemacht, was habe ich gekauft, fragt ihr euch. Und ja, gekauft habe ich im Grunde genommen das Definient 3 Surround Set. Das kostet so, wie es bei Teufel steht, ohne sonderliche Rabatte. Und Rabatte gibt es ja häufiger mal 3000 Euro. Besteht aus zwei Standlautsprechern, zwei Regallautsprechern, die quasi ziemlich ähnlich aussehen, wie die hier. Nur halt ungefähr dann hier abgeschnitten. Klingen auch sehr, sehr gut. Hätte vielleicht sogar gereicht, selbst für die Front, weil sie genug Tiefgang besitzen und auch im Thema Präzision eigentlich wirklich gut dastehen. Dann den Definient 3 Center, den ihr hier seht. Ist auch ein relativ großes Teil im Grunde genommen, aber äquivalent jetzt auch zum Ergo, nicht sonderlich größer, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen kleiner vom Volumen her, aber dafür breiter. Und ja, dem entsprechenden Sub hier. Das hat die Modellnummer 4110, hat eine Class D Endstufe mit 180 Watt und 25 cm Treiber. Relativ einfach aufgebaut, das ganze Ding hier. Wie ihr vielleicht seht, hier so mit so einem schönen Schleiflack vornherum veredelt. Ich würde es jetzt nicht offen stehen lassen, aber gut. Geht an so Pi mal Daumen bis 30 Hertz bei minus 3 dB runter. Macht also eigentlich auch schon ordentlich Druck. Allerdings muss ich ja vornherein auch sagen, bevor ich gleich zum Positiv-Negativ-Thema komme, beziehungsweise das werdet ihr gleich nochmal im gesonderten Video nochmal sehen. Da gehe ich nochmal ein bisschen auf die einzelnen Komponenten in Tiefe ein, weil das Video sonst unendlich lang werden würde. Also dann liegen wir wahrscheinlich bei einer halben Stunde und das wollte ich euch dann jetzt in einem Zug ersparen und versuche es ein bisschen aufzuteilen, sodass es nachher sinnbehaftet ist. Ja, alternativ zum Definir-3 Surround-Set gibt es noch die sogenannte Power-Edition von dem Surround-Set. Dann bekommt ihr anstatt zwei Standlautsprechern, vier Standlautsprecher, sowohl für vorne als auch für hinten, die gleiche Kombi. Das ist vielleicht für Leute relevant, die viel mehr Kanal Musik hören, so super Audio-CD, lässt grüßen. Sprich, ich habe vorne und hinten wirklich die gleiche Bestückung und das, wie gesagt, dann würde mir eigentlich in der Mitte noch ein Standlautsprecher fehlen, um es wirklich komplett zu machen. Aber gut, es erzeugt dann auch ordentlich Wumms, also vorne und hinten dann dementsprechend diese brachialen Linger hinzustellen, ist für mich nicht möglich, wie ihr auch gesehen habt, vor den Standlautsprecher und hinten die Dieb hole. Ja, und ein Unterschied bei Power-Edition ist noch, abseits des Preises, für 700 Euro mehr bekommt ihr dementsprechend vier Standlautsprecher, die eigentlich das Stück auch schon 800 Euro kosten. Insofern ist das eigentlich sogar ein ganz guter Deal. Muss man für sich so rausrechnen, wenn man einen Kollegen hat, der vielleicht zwei Standlautsprecher haben will, ist das vielleicht sogar ein sehr, sehr preiswertes Unterfangen, wenn man sich da irgendwie darauf einigt, dass der eine den Center braucht und der andere einen Subwoofer, der andere aber nur die beiden, das beide Stereo-Paar. Insofern ist das eigentlich eine ganz gute Mischkalkulation, die Teufel da anbietet. In der Power-Edition ist auch ein etwas größeres Subwoofer drin, der 8.112 war mit 250 Watt Sinus und 30 Zentimeter Chassis, geht da bis 28 Dezibel runter. Fände ich hier eigentlich auch adäquat für dieses Set, weil so ein bisschen die, also er macht schon ordentlich Lärm, in Anführungszeichen auch relativ akkuraten Lärm, aber es fehlt trotzdem so ein bisschen das mehr, weil da geht noch einiges nach unten hin. Also ich habe jetzt noch Velodyn mit einem 18 Zoll Chassis und 1000 Watt quasi Impuls, beziehungsweise 1000 Watt AMS. Das ist natürlich kein Vergleich, das ist eine andere Klasse. Habe aber auch noch einen Heco Phalanx 12A mit einem 12 Zoll Chassis und dementsprechend 500 Watt Sinus. Der geht weitaus weiter runter, also dann merkt man das halt auch so ein bisschen so, sage ich mal, in der Lungen- oder Magengegend, wenn der richtig tiefe Bass kommt, weil den hört man ja nicht mehr, der überträgt sich dann dementsprechend auf den Körper und wirkt auf den Körper ein. Das fehlt hier so ein bisschen, weswegen ich sagen würde, auch bei der normalen Edition sollte Teufel vielleicht den Subwoofer eine Nummer größer dann beilegen und dann mit dem Preis vielleicht 100 draufgeben oder sowas. Also da, denke ich mal, findet sich schon eine Lösung. Ja, im Grunde genommen als Real-Lautsprecher habe ich jetzt die Dipole H600D aus der Theater 6 Serie genommen. Die sind weiß, gehen also mit den weißen Wänden hier voll auf. Die sind sehr, sehr unscheinbar. Ja, aber dann fragt ihr euch doch vielleicht auch schon, das, was ich mich auch eingangs gefragt habe, ist denn das überhaupt möglich bei Teufel? Teufel ist ja ein Direktabsatzvermarkter, im Grunde genommen Herstellervermarkter, Direktabsatz. Sprich, ihr könnt die Lautsprecher eigentlich nur da kaufen oder im Flagship-Store Bikini Berlin. Kann man da Serien mischen? Kann man sagen, ich will aus einem Set, was ja rabattiert ist durch dieses Set, so dass die Einzelbestandteile eigentlich weniger kosten, als sie im Einzelkauf kosten würden, kann ich da andere Komponenten nehmen, kann es austauschen? Ich habe auf der Teufelseite relativ wenig Informationen dazu gefunden in seiner Zeit und habe einfach mal angerufen und gefragt, ist denn das möglich? Und umso überraschter war ich, dass man mir mit einem relativ klaren Ja, klar natürlich, das geht, entgegenkam. Ja, dann hatte ich mal gefragt, was wäre denn so der akkurate Real-Lautsprecher, wenn ich den Deepol haben möchte? Und am besten unscheinbar hat man mir auch direkt die H600 aus dem Theater 6 empfohlen und letzten Endes jetzt nach so sechs bis acht Wochen Hörzeit, muss ich sagen, geht das auch sauber auf, auch mit den Definien, die ergänzen sich da sehr, sehr gut. Also ich höre Musik zum Beispiel auch nur im reinen Stereo-Betrieb, sprich nur die Front-Lautsprecher, ohne Subwoofer und natürlich ohne irgendwie simuliertes Klimbim hintenrum, also kein Prologic oder sonstige Sachen, auch wenn es da Musikprogramme gibt, oder auch kein TRX-Music oder sowas, mache ich nicht. Also ich höre das Stereo und relativ Raw-Stereo in dem Moment, weil im Grunde genommen die Musik ja auch so abgemischt worden ist, auf zwei Lautsprecher und nicht auf fünf beziehungsweise sechs. Ja, und die nächste Überraschung war im Grunde genommen, um da wieder anzusetzen, Teufel hat nicht gesagt, okay, wir nehmen dann dementsprechend die beiden Regallautsprecher, die Definien 3S da raus und packen die H600 rein und addieren einfach mal die, da müsste ich jetzt mal selber ein bisschen blättern, ich hatte mir das, ich habe das nicht alles im Kopf, die H600D kosten 500 Euro und die Definien 3S Regallautsprecher kosten 1000 Euro rund dem Paarpreis, also dementsprechend ist da schon ein ordentliches Delta drin von 500 Euro. So, Ordinär kostet dementsprechend das Definien 3 Surround Set 3000 Euro, rechnet man die 1000 Euro ab von den Regallautsprechern und rechnet die 500 Euro von den Dipolen drauf, sind wir bei 2500 Euro. Damals gab es einen kleinen Aktionsrabatt, insofern habe ich summa summarum für alles, was hier dann jetzt quasi steht, ausgenommen natürlich die Ergos, 2400 Euro bezahlt. Und da habe ich auch gedacht, ich höre nicht richtig. Man rechnet mir den Vollpreis der einzelnen Komponenten raus und legt den normalen Vollpreis der anderen Komponenten hinzu und das basierend auf einem Setpreis. Da war ich schon etwas erstaunt, dass man das macht. Und ja, letzten Endes bin ich natürlich jetzt super glücklich. Damit war für mich aber eine Neuerung. Also dementsprechend, das kann ich euch auch nur empfehlen, mal bei Teufel anzurufen, wenn ihr solche Wünsche habt. Hinten zum Beispiel Dipole haben wollt. Dipole hatten für mich einfach die Bewandtnis, ich kenne es von ganz damals, da hat die TRX-Norm zum Beispiel, war erforderlich, um sie zu erfüllen, wenn man sie denn erfüllen wollte und konnte und Co. totaler, in Anführungszeichen, Humbug, hat man gesagt, okay, Dipole. Ich hatte irgendwie schon immer Räume, wo sich Dipole absolut angeboten haben, wo ich nicht wirklich großartig noch irgendwie Säulen und Standortsprecher hinstellen konnte, sondern auf irgendwie 2 Meter, 1,80 Meter höher die Dipole oben an die Wände machen konnte. War für mich einfach immer besser. Und ich persönlich mag dieses diffuse Klangbild hinten rum. Gerade im Filmton finde ich es einfach, ich persönlich finde es besser, wenn das so nicht punktortbar ist, sondern einfach eine schöne geschlossene Kulisse hinten rum erzeugt. Ja, summa summarum, wie gesagt, bin ich jetzt bei knapp 2400 Euro gelandet für zwei Standortsprecher, den Center, den Subwoofer, den ihr hier seht und die beiden Dipole, die ihr jetzt gerade nicht seht. Ich versuche sie gleich mal einzublenden. Und im Grunde genommen fühle ich mich, als hätte ich einen relativen Schnapper damit gemacht. Ja, zu den Ersteindrücken letzten Endes, was den Ton angeht und zu den Details der einzelnen Lautsprecher würde ich gerne im folgenden Video eingehen, um das Video jetzt nicht noch länger zu strapazieren und euch damit nicht irgendwie da 30, 40 Minuten quasi vor YouTube direkt zu binden. So habt ihr die Möglichkeit, auch den anderen Teil danach weiter zu gucken. Dementsprechend würde ich jetzt hier erst mal Schluss machen. Habe somit euch zu dem Thema einmal abgeholt, warum ich das Ganze gemacht habe, sprich warum Teufel, warum Teufel definieren und wo ich im Grunde genommen auch herkomme und wie sich das Ganze bewährt hat, dann gleich im folgenden Video. Falls euch der Part schon gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und natürlich auch über das eine oder andere Abo. Also, bis gleich zum nächsten Video.